so was müssen wir hier machen erst mal auf hermine wechseln sie kann sich hier hinstellen kann das machen so hier und was machen wir damit hermine katze freigeschaltet das kommt ja später so wir schauen mal genau geht mir mal hier so hier kann man sonst nichts machen einmal springen die komme ich jetzt hier durch ach so das ist für die dinger gedacht 8 von 8 sehr schön kann ich damit da rein springen so was müssen wir jetzt machen ich weiß nicht ob wir das ding hier groß brauchen ja boing 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 sehr schön was ist das so einmal hier drauf nein also können wir uns verstecken ok so wir müssen da jetzt hinterher da oben gibt es wieder was so dann einmal hier hin und einmal dahin dann auf run wechseln nein ich will kratzer haben genau und schauen was wir hier machen können wo ein schiff da kommen ja münchen zusammen alter schwede wo ist das schiff jetzt da ist es können wir da drauf springen aber also cool so ein ist gut gut ähm hä gut schauen wir mal was hier oben ist hier oben ist wieder so eine silbertür wo man nicht durchkommen dann gehen wir hier rein grab und goyle verschlossene toilette ähm so das ding hier werden wir wahrscheinlich wo könnte man das gebrauchen da können wir noch nicht durch hier drauf hier drauf hier ist die kirche sehr schön das ist das erste was wir geschafft haben das ist das erste was wir geschafft haben so wir müssen aber die anderen sachen auch noch hier finden da sind wir zu schwach zu hm da können wir nichts mehr machen hier hinten auch nicht da können wir nichts machen das einzige was wir machen können ist hier oben vielleicht mal hier drauf hallo da drauf ah sehr schön so machen das Profis so machen das Profis so was braucht der jetzt neue Toilette so was braucht der jetzt neue Toilette nö ah da ist der Apfel ok erstmal hier den Rest einsammeln und den Apfel schnappen und den Apfel schnappen und hier schnappen wir uns das und zack dann können wir uns glaube ich in die jetzt verwandeln ja Hermina hatte vorher ähm sich schon Haare besorgt die allerdings ja von der Katze waren ja von der Katze waren hallo ich bin hier den Fisch so alle drei gerettet und da kommt und da kommt das müsste Ravenclaw sein oder Hufflepuffen so schauen wir mal hier entlang da geht es nicht weiter so so hier ähm ähm ja da würde ich sagen gehen wir mal auf hallo muss ich vorne fahren wahrscheinlich so geht doch hallo oh geht doch mal aus dem Weg hier leut so einmal noch so gut dann können wir das Ding jetzt zusammen bauen haben eine goldene Rüstung und der dreht jetzt wahrscheinlich das Wasser zu ja jawohl sehr schön sehr schön und da wir ja jetzt Slytherin sind können wir hier rein wie das ist ja das ist so das ist und das ist hier das ist das ist das ist der wie wir da reinkommen. Da können wir, glaube ich, nix mitmachen. Ne. Hier können wir gar nix machen. Doch. Macht ab. So, was bauen wir denn jetzt? Ein Kaminrost. Ne, ein Gemälde. Shooter in Gefahr. Sehr schön, haben wir das geschafft. Gut, was müssen wir jetzt machen? Da oben. Hm. Da nix. So, hier erst mal die... Ron, geh aus dem Weg. Ich will hier rein. So, einmal da rein, bitte. Dankeschön. Und wir können jetzt da dran. Können uns die Augen holen. und dann müsste sie die Tür gleich aufgehen. Wir gucken noch mal kurz hier. ganz schnell weg und schon wieder spinnen level abgeschlossen freie spiel freigeschaltet wir haben einen teil des hausraubens gefunden 33 prozent nur so die können wir weg drücken schüler in gefahr bekommen wir einen goldenen stein und dann noch mal fürs level abschließen abgeschlossen schüler in gefahr 27 von 200 haben wir so geschichte fortsetzen